Hallo ihr wunderschönen Menschen da draußen, es geht weiter mit Dexter Stardust. Nun, wenn die Dinger hier uns nichts helfen, diese Ukulele-Dinger, vielleicht kriegen wir unser Zeug zurück. Weil da kann ich ja immer noch ran. Picknick Table. Hotsauce? Die beiden zusammen? Ich kann nicht diese zwei Dinge kombinieren. Okay, aber Hotsauce hat das Ding noch interessiert. Okay, dann ist es wahrscheinlich nur die hier, ne? Ja. Oh. Okay, ja, okay, 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 schon gut, so. Jep. Gut. So, braucht's Hotsauce. Nein. Okay, es geht auch so. Gut, reicht das? Der Narrator auf dem Kiosk sagte, Watermelons attracken die Bogmonstere und vermitteln die Vomiten. Das wäre interessant. Zeit, um meine Sachen zurückzukommen. Äh, aber wie, aber wie, aber wie, aber wie, da ist es, wirst du es überwältigen oder was hast du vor? Oh, Mann, ey. Oh, die Geräusche. Oh, nicht gut. Oh, Mann, das ist gross. Aber es hat funktioniert. Und es ist alles hier. Meine Schraube, Krobar, Schraube, 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 Schraube und meine Decoder-Glässe. Hm, sehr gut. Das Monster pukete einen komplett enttackten Ukelele-Voucher aus Pete's Ukelele-Emporium. Natürlich. Natürlich. Oh, ach, du liebe Zeit. Natürlich. Okay, klasse. Wir haben uns das Zeug zurück. Ja, herrlich. Und was für eine Überraschung. Okay. Gut. Ja, dann lass uns mal zum Ukelele-Emporium gehen. So, hier. Weiter kommen wir da schneller hin? Ich fürchte, wir kommen da gar nicht schneller hin, ne? Äh, hier. Genau. So. La, 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 la. Free Tacos. Free Tacos. Nee, halt. Ja, the Taco Check. Oh, ja, ja, ja. So, warte mal. Nein, ich bin nicht curious. Gut, Rinder. Ähm, nee, hier noch nicht. Erst beim nächsten, ne? Ja, nein, hier auch nicht. So, dann ist nur die Frage. Müssen wir das in der richtigen Reihenfolge bringen? Äh, to check out. Genau. So, hier. Hallo. Guck mal, was ich hier habe. Na, was sagst du jetzt? Hey, Amy. Ich habe eine der Vouchers für eine freie Ukulele. Okay. Du kannst eine von diesen Ukulele hinter dir nehmen. Sweet. Thanks. Uh-huh. Uh-huh. Ist egal, welche? Oder muss es eine bestimmte sein? Wooden, Red? Oh shit, hätte ich da in dem Haus mal drauf achten sollen, welche es sein muss? Oder ist es egal? Ich will es nicht. Too bad. Das ist der einzige, der deine Kupon kümmern. But you said I can have any one of these on the wall here. No, I said you can have one of those on the wall there. That one. Which one? But it doesn't have any strings. Ugh. I guess you can grab a pack of strings from the other room. Great, thanks. Mm-hmm. Oh, was? Ach, stimmt. Stimmt. Hat gar keine Strings. Okay. In welchem other room sind denn Strings? Hm. Müssen wir jetzt echt alles nochmal durchlaufen? Hier sind Strings. Pack of Strings. Ah, take it. Are you sure I can take one, Amy? Uh-huh. She's the best. Oh. Okay, so. Und dann können wir das Pack of Strings. Yes. So, jetzt brauchen wir nur noch die richtige Reihenfolge, ne? E. E-minor. Warte, wie war das noch? E-minor? I think it has musical notes written on it. E-minor. E-minor. D. D. And C. I wonder what this note is for. Ah, das möchte ich auch gerne wissen. So, hier. Äh, nein. Das wollen wir alles nicht. Wahrscheinlich auch in der richtigen Reihenfolge, ne? So, muss ich die da... Ups, wie mache ich das jetzt? Die drauf anwenden? Oder wie? Okay, E-minor. Was? Okay, wie mache ich denn das? Äh, wie mache ich das? So. Aber wie... Okay. Wie mache ich denn das? Nichts mit dem, was ich hier habe. Warte mal, hat nicht dieser eine Typ in der Bar gesagt, dass er Gitarren spielt? Doch, der eine Typ hat das doch gesagt. Paintings... Ne, nicht Paintings. Ähm, der eine Typ in der Bar hat das gesagt, ne? Hat dieser, der als Roboter verkleidet war. Oh, warte mal, so. Okay, äh, ein bisschen, okay. Ich setze mich da rein. Äh, na, na. Nein, lass mich in Ruhe. Oh, Alter. So. Der war das doch, ne? Hat er nicht gesagt, er sei Gitarrist bei dieser Gruppe gewesen? Ich meine schon. Irgendwas müssen wir mit dem hier anfangen können, ne? Der sitzt da ja nicht ohne Grund rum, dass wir den nicht anquatschen können. Und genau dasselbe wird für den Typen da hinten in der Ecke auch noch gelten. Jo. Hey, kannst du das Ukulele für mich tun? Sure, kein Problem. Hm, gut. Okay. Wow. Wow. Oh, meine Güte. There you go. Thanks. Are you starting a band? You need a roadie? No, it's nothing like that. I'm trying to figure out what a reason robot knows about my mom. Oh. It's a long story. Okay, gut. Got a new item. Cool. Also wieder zurück. Genau. Die Geschichten, die keiner hören will, ne? Genau. So. Und was machst du sonst noch? Ach, weißt du. Folgendes. Ähm. So. Free tacos from the taco. Check. Yeah. So. Gott schön. Nein. Boah, ich kann das nicht mehr hören, ey. Äh. So. Also. E-Miner. GD. Äh. Noch ein weiter. Jokonele Girls. Genau. E-Miner. Wo ist sie denn jetzt? Da ist sie. E-Miner. Oh, look at her hand. That must be how you play an E-Miner chord. Alright, let's see here. E-Miner chord. Wunderschön. Okay, I got it. E-Miner. G. Ist zufällig gleich nebenan. Das finde ich gut. Oh, look at her hand. That must be how you play a G chord. Yeah. Alright, let's see here. G chord. E-Miner chord. Hört sich genauso an wie das ja eben. Okay, I got it. Okay, warte mal. Was war? D-C. Okay, hier nicht. Da. Da. Genau. Und dann D. So. Oh, look at her hand. That must be how you play a D chord. Okay, das hört sich anders an. Okay, I got it. Okay, und zum Schluss. Der da. Oh, look at her hand. That must be how you play a C chord. Alright, let's see here. A C chord. Okay, I got it. I got it. Genau. To hallway. To entrance. Wunderbar. So, jetzt sollten wir zum Haus gehen können und den Tresor öffnen, oder? Das war hier. Ja, ja, ja. Come and get it. Wow. So, und da. Zu Peats Menschen. Und da war es im Obergeschoss, glaube ich. Hoffe ich. Und ich hoffe auch, dass er nicht nur schon wieder zurückgekommen ist. Das wäre sehr ungünstig. Das wäre nix gut. Tür ist noch offen. Keine Ahnung, wo er hin ist. Da. So, safe. Lucky. Ja, das zeige ich dir. Pass auf. So. So, und da. Yes. Okay, ähm, wir sollen anfangen mit... Ach, die Reihenfolge wäre egal gewesen. Na gut. E-Miner. Cool. G. Äh, G. Yes. D. Welcher mag das wohl sein? Ich weiß gar nicht welcher. Der da. Yes. I got it. All right, Pete. We're just gonna borrow this for a little while. Mhm. So, und wenn jetzt nichts dazwischen kommt, sollten wir doch, äh, genau. Sollten wir ready to go sein. Äh, können wir das mit Schnellreise machen, bitte? Hm, zu zwei. Yes. So, da sind wir. Aber wir haben immer noch keine Koordinaten, ne? Oder gibt er uns die jetzt? So, und hier. Aurora. Aurora. Aurora, du wirst es nie glauben. Ich habe einen Reisen-Power-Korps gefunden. Wow, Dexter. Increíble. Wo hast du es gefunden? Well, du weißt, aus... Pete. Really? Er hat dich das mitbekommen, einfach so wie das? Ähm, sicher. Vielleicht ist es besser, nicht zu fragen. Okay, lass uns das sehen. Lass mich das in den Roboten setzen und dann... ...patch ihn auf. Hmm. Looks good. So, why won't he turn on? Rebooting system. That's why. How long do you think it'll take? Reboot complete. Hello, Dexter Stardust. Thank you for repairing me. Oh, well, um, actually... I repair you. Thank you, and you are? Aurora. Thank you, Aurora. You can call me number four. Hmm. You must be very skilled to assemble and repair such a complex machine as myself. My master will be very happy to meet you. Who is your master? All in due time, Dexter. Number four, why don't you stand up? The functions of my body are still calibrating. I am quite old, so this could take some time. Nevertheless, time is not a luxury we have. We must meet at the rendezvous as quickly as possible. Rendezvous? You found the photo, didn't you? Dex, what's he talking about? I don't know how he knows, but he's talking about this. I found it in Uncle Gedo's basement when I was looking for the pieces of the ro- Um, I mean, number four. It has the coordinates on the back. See? Rendezvous coordinates on the back of a family photo? No entiendo. All in due time, Aurora. For now, we must travel to those coordinates. Can this ship take us to Earth's moon? Earth's moon? Um, no. Unfortunately, my uncle's locked the navigational computer on this ship. But we do have another way off the planet. Good. Let's go. There isn't much time. I will put my systems to sleep, so my signal cannot be tracked. Trapped? Trapped by who? Uh-oh. The Vriesians. Was? Ja. Okay. Moment, das heißt, du bist kein Vriesian? Aber was bist du dann? Du bist vom Mutti geschickt, ich sag's euch. Oh nein, da sind sie schon. Number four has been detected on the surface of Mars. Verifying precise coordinates now. Done. Number four is located near a small forested region of the planet. Exact coordinates are... 14, 45, 6, 8, 4, 7, 5, 4, 7, 6, 6, 6, 6, 6. Plotting our entry into the atmosphere. Once number four is ours again, we can finally wait about what's left of the human race. Oh nein... No. Sneaking by Sandy and Danny with the robot wasn't easy. I think they're getting suspicious. It's okay. Number four is in the saucer. All we need to do now is put the coordinates in the nav computer. Yeah, I just... Why are we going to Earth's moon? Your guess is as good as mine. I suppose we'll find out when we get there. Okay, new update. Gut, habe ich die dann in die Koordinaten einfach so gekriegt? Nee, habe ich nicht. Also einfach hier rumtippen? Oder wie? There's nothing interesting to do with it. Insert coordinates. That's where the coordinates go. Äh, ja. Kann ich jetzt das Bild da reinstecken? Ja. Tatsächlich. Ah. Hey, give me back my photo. Please enter saucer and push ignition to begin. I want my photo back, you stupid machine. Come on, Dexter. We have to go. No. I want my photo back. It's the only picture of my mom I've ever seen. I know, I know. But number four knows something about your mother. I don't know what, but I have a feeling it's pretty important. I just feel like I'm leaving her. You're not. I think, I think we're on the path to find her. Really? You think so? I do. So let's go. I have a button to push. Oh yeah, that's right. This thing runs on autopilot. I'm sure you're thrilled about that. I hate autopilot. It takes the fun out of everything. I'm just happy I don't have to push it. I'd probably push the wrong button and kill us all. Hmm. Hmm. I haven't seen Dexter snooping around here in a while. Must have given up on that robot. I think I'll go hang out with Bob for a little while. Come on Aurora, press the button. It's just too easy. I know you hate autopilot, but that's how Bob's saucer shuttle service works. You don't think Bob could actually shuttle people around space, do you? I know, I know. Okay, here we go. So what happens now? Does it take off dangling, or what? I actually think they take off straight... No! Ha 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 ha. Okay. Report. Robot number four has eluded us in a rudimentary spacecraft. Did we lose them? No. There is a planetary positioning system on this planet which guides spacecrafts. Were you able to interface with it? I was. Where are they going? No. To Earth. Click above to continue. Ja, sehr gerne. Click anywhere. Das will ich auch gern tun. Zack. So. Und dann sind wir about. Ist das überhaupt sinnvoll, diese Koordinaten? Ich meine, wir sind im Weltraum. Brauchtet man da nicht XYZ-Koordinaten? Ach, egal. Ich frage vielleicht bestimmt zu viel, ne? New Game. Äh, Episode 3. Uh, doch hier. Guck mal. Doch, die war lang. Ja, das war sie. Okay. Und ein paar Puzzles waren drin. So, jetzt haben wir nochmal eine kurze Episode. Na denn? Episode. Ah, you already played Episode 0 bis 3. Was passiert, wenn ich nur drücke? Nee, ich will nicht. Nachher lösche ich noch irgendwas. Also yes. So, auf geht's. Bis zum nächsten Mal. Hidden Secrets on the Moon. Wem erzählte das? Wir sind auf der Moon. Ja, jetzt was? Space, wenn ich weiß. Ich denke, es wäre ein guter Idee zu stehen hier und monitor Nummer 4's Progress. Just in case er regains consciousness. Consciousness? Aurora, er ist ein Robot. Dex, das ist es nicht so, dass er emotional macht, all facets of a living being? Was ist das? Er hat dich gefunden, das braucht Intelligenz. Er hat dich beschrieben, das braucht Bravary und Selbstsacrifice. Und er kümmert sich sicherlich für seinen Master, wer auch er sein kann. Hm, du hast einen Punkt. Ja, das weiß ich. Jetzt, geh mal nachschauen, während ich ihn schaue. Vielleicht gibt es ein Puzzle hier, das wird uns beherrschen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Okay, aber wir sind schon dran. Okay, alles klar. Yo. Ich will nicht ihn beherrschen. Hm, ich will nicht ihn beherrschen. Okay. Haben wir hier noch irgendwas, was wir brauchen? Ich habe keinen Grund, das zu tun. Okay, gut. Aurora, müssen wir mit nochmal bitte sprechen? Hey, Aurora. Was ist denn, Dex? Yo. Ich habe nichts gefunden. Ich war gar nicht weg. Wir sind auf dem Moon. Wir sind auf dem Moon. Ich weiß, ich kann es nicht glauben. Ich frage mich, warum die Gravität hier alles normal ist. Ich dachte, wir wären able to bounce around and stuff. Ich habe mir gedacht, ich denke, dieses Theme Park war gegründet bevor humans waren used to adjusting to the gravity of different planets. So, sie haben Artificial Earth gravity hier. Du denkst, es ist das alt? Dex, es ist ein Theme Park, auf dem Moon. Das größte Ort in der System. Ha, das ist wahr. Wir haben nicht even terraformen unsere nearest neighbor. Ich wundere warum. Ah, wer weiß. Hm, okay. Gotta get back to it. Sure thing. I can't wait to see what we find. Naja, dazu solltest du vielleicht mitkommen. Doom Theme Park, Aurora. Aber mehr haben wir auch nicht, ne? Ja, okay. Gehen wir mal in den Doom Theme Park. Na dann. Uh, welcome to the Moon. Oh, guck mal. The Earth is just a radioactive rocket at this point. Hm, sie sieht aber noch ganz normal aus, ne? Keine Kontinentalverschiebung und so. Old Mod, den nehmen wir erstmal mit. Yes. Okay. Welcome to the Moon. People from Earth used to find this charming, I guess. Hm, ja. So, was haben wir hier? Oh, je. Okay. Ich sehe eine Menge Places to go. Ne, doch nicht. Behind Barrier. Protection of Solar System. Hä, das ist mal gucken, das finde ich jetzt interessant. Luna Lockright. Erstmal hier gucken. Warte mal, da sind noch neun Planeten. So, Luna Lockright. You must be this tall to ride. Okay, bin ich. Ist er. Okay, das nehmen wir erstmal mit. Eine Punch Card. Was ist das? Okay, Punch Card. Hier in dem Mechanismen fehlt was. I think it's some kind of a mechanism that controls the log ride. The lever is missing though. Das macht nichts. Wir haben... Oh nein, nehmen wir das. Ja, meine ganzen schönen Sachen. I think the handle is just the right size. Hm, hm. Juhu. Oh, guck mal, es funktioniert sogar noch. Warte mal, die Nummer 4. These nachos, it worked. Warte, 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 warte. War das hier nicht auch? Guck mal, das ist die Nummer 4. Okay. Dann enter mal. Here goes nothing. Okay. Ich hätte hier an der Seite nochmal gucken sollen, ne? Hm. Ja. Warum eigentlich nicht? Oh, oh. What in space is this? Who could have... Did Crazy Carl do this? He couldn't have. This is creepy. Das ist es. Dummies of Dexter and Aurora. Wie kommen die hierher? Kann ich irgendwas mit denen machen? Ähm, no. Warum nicht? Device anfassen, mitnehmen? It's pretty firmly attached. Kann ich es anfassen? Ah. Oh, das sieht aus wie so ein Shooter, ne? Wahrscheinlich muss ich da erst nochmal... Kann ich die vier da reinstecken? Okay, verdammt. Gut. Kann ich hier irgendwas mitnehmen? I don't feel like carrying myself around. Warum nicht? Ähm, no. Okay. Sehe ich das richtig? Ich kann hier noch gar nichts machen. Da ist noch was? Ne, ist es aber nicht. Okay. Tja, dann müssen wir wohl weiter. Es fehlt uns noch was. Ich hätte doch in diesen abgesperrten Bereich gehen sollen. Hm, na ja. Nun. So. Oh nein, noch so eine Karte. Okay. This is definitely not crazy, Carl. But who would know? It can't be the robot. It can't be number four. Hm. Could it? Keine Ahnung. Aber lass mal gucken, ob wir das tun. Ach Mann. Irgendwas. Ja, okay, okay. Also, wir scheinen hier irgendwas einsetzen zu müssen. Aber ich weiß nicht genau, was. Warte mal. Box Card? Punch Card? Hm. Keine Ahnung. Könnte es sein, dass ich hier gerade total falsch bin? Äh, so. Jetzt kommen wir ja vielleicht wieder raus. Und? 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 Nein. Oh nein! Well, it's not number four. He wasn't even activated when this happened. Okay. What in the Milky Way is going on? Okay, hier müssen wir irgendwas draußen finden. Das kürze ich mal für euch ab und, äh, und geh mal irgendwie da raus. Also, bis gleich. Okay. 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 Uh-oh. Uh-oh. Nun, das war dann noch kürzer als gedacht. Das war tatsächlich das letzte Dingelchen. Okay. Aber, ähm, die Frage ist jetzt. Hm. Hm-mm. Ist jetzt sehr unsicher, mir gerade was zu essen ins Gesicht gesteckt. Hm. Hm-mm. Das nehmen wir mit. Okay. To theme park. Hier ist noch was. Control panel. Können wir die öffnen? Okay, aber die sollten wir jetzt hoffentlich mit dieser Karte aufbekommen. Okay. Keine Ahnung. Probier's mal. Hm. Die vier so. So geht's. Okay. Uh. Ja. Stack of punch cards. Nehmen wir alle mit. Okay. Was haben wir denn hier? Ach, du liebe Zeit. Ja, aber das sind die einzelnen Sachen. Natürlich. Wir müssen die nur richtig zuordnen. Ach, wie cool. Ja, ist nett gemacht. So. Und dann wollen wir das mal tun, ne? So. Okay. Here's this. Was? Here goes nothing. Okay. Jetzt ist geklappt. Okay. Okay. Here goes nothing. Okay. Hier. Hier hatten wir die Sache mit dem... Genau. Mit dem da. Grün. Yes. Oh, oh. Was passiert da? Es sieht aus, als ob ich etwas richtig getan habe. Weiter geht's. So. Was haben wir hier? Das war das Spaceship, ne? Oh, da weiß ich aber nicht mehr. Doch, warte mal. Da haben wir den Roboter gefunden. Oder der hat uns gereizt. Die nächste ist die da. Aber hier... Ja, weder die oder die. Wahrscheinlich können wir es austauschen, oder? Gut, richtig getippt, cool. So, und die nächste ist die Drehbrille. Die haben wir doch von ihm bekommen. Wie hieß er noch? Ich glaube, das war ein guter Sound. Mh, hoffen wir mal. Ah, guck mal, den kann man... Schuko, okay, kann man den mitnehmen? Ich will es nicht. Wie soll ich das machen? Ich weiß nicht, irgendwas zu machen. War Chucho nicht so gut? Ja, aber erst nachdem... Doch, hat er... Doch, doch, stimmt, der hat die von Anfang an gehabt. So, und jetzt... Hahaha... Ist das dasselbe wie eben? Und... Ja, es ist... Hahaha... Sehr gut. Oh... Es ist nicht dasselbe wie eben... Oh, komputadora... Das ist nicht so gut, dasselbe wie eben... Äh, äh... Beisagung, ne? Von... Oh, oh... Okay... Keine Ahnung, lass es uns ja rausfinden. So, Lea. Yes. So, Staircase. O-kay. Hier ist, äh, nix. Was denn? A dead end. There is absolutely nothing here. What am I supposed to do now? I, I need Aurora. You need Aurora. Okay. Bist du absolut sicher? Hm. Guck mal da. Lift-Button. Können wir die pressen? Bestimmt. Tada! Going up! Nee, ich glaub, es geht noch dauer. Doch, es geht ab. Okay. Cotion Lift. Hm. Ist das richtig? Aurora, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Aber ich brauche deine Hilfe. Was? Woher hast du gekommen? Well, ich habe einen LogRider mit all diesen wirklich weird dioramas around uns. Und ich hatte diese Computer Cards mit Icons von Items. Ich habe und... Hold on. Du sagst, LogRide? Ja. Ich habe mich zu einem Untergrund Cavern. Aber ich denke, ich brauche deine Hilfe. Da ist ein Elevator hier hinter mir. Was? Was? Das Elevator nicht funktioniert als ich es. Es ist jetzt. Komm, wir gehen. All right. Ich werde nicht vergessen, Nummer 4. Ich werde ihn mit ihm in meinem Inventory. Ihr was? Hehehehe. Meanwhile. Robot number 4 may have deactivated his systems, but our sensor seemed to be detecting his weak radiation signature. Yes, I am picking up the same readings. Prepare for conflict. I was built for conflict. No. There's nothing here. Exactly. That's why I came and got you. I had to use all these weird punch cards and solve all these puzzles that were specific just to me. With those daerama. Yeah. And now, nothing. I mean, what are we even doing here? There must be something we're missing. What could we possibly be missing? You are missing me. Number 4, you're back. Yes. And I am now fully functional. What do we do now, number 4? Excuse me, Miss Aurora, and I will show you. Watch your staff. You have a submarine? Well, it belongs to my master. Who is your master? I don't. I'm driving. Oh, right. You were under violation of Vreeze's law. Uh, we are? That robot was stolen by Venturi of Vreeze, and must be returned at once. Stolen? I was saved. Wait a second. Let me get something straight. Uh, okay. Who are you exactly? Yeah, uh, who are you exactly? I am the vanguard of the commander of Vreeze. Who is this, the commander? He is the one who commands. Uh, what does he command? He commands everything on Vreeze. So, he commands man? Yes, he commands man. And what if a man doesn't obey his command? Man must obey his command. Has there ever been a man who has not obeyed the command of this man? Never has there been a man who has not obeyed the command of this man. So, the real question is, is how much command can a commander man command if a commander man couldn't command man? You're gonna get us killed. I'm just playing around. Uh, okay, so... Tch, Nisa. Good, how do your mother... Oh. How do you know my mother, um, sir? Your mother is Venturi of Vreeze? Venturi is the only Vreezeian to have left our planet. Therefore, you are not Vreezeian. Haha, hate to break it to you, but I'm half Vreezeian and half human. Venturi is my mom. Impossible. Okay, so... Okay, so... This robot is from Vreeze. I thought you were from Vreeze number four. That's true. I am. Why do you look so... ... old? It would appear they have updated their robots in my absence. I cannot sense its mechanical interior. Consequently, I have no power to stop it remotely. Okay, so... Okay, was passiert? I'm sure we can figure something out. What are you doing? Aurora, behold. You're about to witness my amazing negotiation skills in action. Oh, brother. So, you want robot number four. Is that right? I am not leaving without that robot. It holds valuable information. Would you take a dashboard hula doll instead? It would go perfect with your spaceship, if you came here and won. No. How about this delightful submarine? They're all the rage this season. No. Final offer. We're selling these fine leather jackets. Give me the robot. Yikes. Hard sell. Wow. Great job, Dex. It's a wonder you sold anything at all. Enough chit-chat. We got a submarine to catch. Stop. Hand over the robot, or I'll shoot. Ah, space. Where's Uncle Gero when you need him? Donde esta? Donde esta? What are you looking for? Something Dexter's mother gave me a long time ago. Aquí esta! So, what is it? Oh, that's a good question. I often wonder why she gave this to me. But Venturia said, when Dexter is in trouble, and you meet the sisters, activate this device. Sounds like a prophecy. Who is this Venturia, anyway? Avrisian scientists. The best. Oh, great. A lady from the planet X gave you a mystery device. Well, I think it's incredible, but how is that device going to help Dexter from here? There's only one way to find out. Here goes nothing. Nothing. Neat sci-fi sound. Now what? Two, I think. Oh, it's a teleporter. Venturia, siempre con las sorpresas. Where are we? The moon. I'm sure of it. Bobos or Deimos? No, not one of the moons of Mars. The moon of Earth. Uh, yes. The moon. Oh, moon. Oh, moon. Wait a second. Did you hear that? Sounded like Dexter. And the 52nd reason you shouldn't shoot us is because of tacos. Right, Aurora? Absolutely. Tacos and burritos. Don't forget about burritos. Nice one. 52nd and 53rd. Now, what could be the 54th reason not to shoot us be? Enough. Uncle Ghetto? Aha. Uncle Ghetto. Number 54. Good one, Aurora. No. Uncle Ghetto is here. Huh? Bear, this is for you, mi amigo. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. What a big one. Uncle Ghetto, I'm sorry. No, I'm sorry. I should have helped you. Instead, things got even more dangerous. Well, thanks. We were in a pretty tough spot. Espera. How did you know we were here? We teleported here. Yep. Sandy and Danny? What? How do you know Uncle Ghetto? How did you teleport here? What's going on? I am equally confused. As am I. My master did not speak to me at this precise moment. Who is this master you keep talking about? I can shed some light on that situation, but I believe our little submarine ride will explain it better than I can. Well, what are we waiting for? Let's go. Agreed. Mr. Aurora and I will take the helm. Dexter, are you ready? Ready for what? Change, mijo. Everything you know is about to change. Can we come? Of course. We wouldn't be here without the sisters. Well, this should be interesting. Who knew there would be an entire ocean underneath the moon's surface? I know. It's absolutely fascinating. I'm blown away. Mr. Ghetto knew? You knew? Orale. Your father and I went on many adventures. The local community here on the moon kept it a secret. We promised them we'd never say a word. I know, but this? There seems to be a lot of things you're not telling me. Can we discuss this later? I really need to concentrate. Fine. Bien. Good thing Danny and I aren't here, or else this little family reunion would be awkward. We are heading to the heart of the moon's interior, so let's navigate as far down as possible. Okay, jetzt sind wir wieder dran. Ich habe keine Ahnung, wie lange das noch geht, aber ich habe das Gefühl, das Video wird sowieso schon zu lang. Also vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs so lange durchhalten und wir sehen uns morgen wieder. Macht es gut, alles Gute. Vielen Dank. Vielen Dank.